In diesem Video zeige ich dir, wie du Textaufgaben mit Sinus, Cosinus und Tangens lösen kannst. Der wichtigste Schritt ist dabei, dass du dir eine hilfreiche Skizze erstellen kannst und sicher mit Sinus, Cosinus und Tangens umgehen kannst. Dafür gibt es in dem Video dann auch eine Merkhilfe. Legen wir direkt los. Wir schauen uns folgende Aufgabe an und unser Ziel ist es jetzt, diesen Text in eine sinnvolle und hilfreiche Skizze zu übersetzen. Um das machen zu können, solltest du dir die Aufgabe einmal komplett durchlesen, damit du einen Überblick bekommst, worum es in der Aufgabe überhaupt geht. Lesen wir also erstmal die Aufgabe. Gotham City strahlt mit einem Scheinwerfer das BAT-Signal senkrecht nach oben an eine Wolke. Batman sieht das Signal an der Wolke von einem 2,1 Kilometer weit entfernten Ort unter einem Winkel von 46 Grad. Die Augenhöhe von Batman ist 1,8 Meter. Berechne, wie hoch die Wolke über den Boden fliegt. So, in diesem Beispiel weißt du jetzt schon mal grob, worum es geht. Nämlich eine Wolke, die angestrahlt wird und die Batman sieht. Um die Skizze jetzt zu erstellen, gehst du jeden Satz nochmal einzeln durch und überlegst dir, welche Dinge aus dem Satz du in deine Skizze einbauen solltest. Lesen wir mal den ersten Satz. Gotham City strahlt mit einem Scheinwerfer das BAT-Signal senkrecht nach oben an eine Wolke. Welche Dinge aus diesem Satz solltest du in deine Skizze übernehmen? Fangen wir mit dem Scheinwerfer an, der senkrecht nach oben strahlt und zwar an eine Wolke. Diese drei Sachen sollten wir jetzt in unsere Skizze eingebaut haben. Und weil ich jetzt noch Lust habe, lasse ich in meiner Skizze auch noch das BAT-Signal erscheinen. Das wäre ja nicht unbedingt nötig, aber es macht die ganze Sache hübscher. Und jetzt haben wir auch alles aus dem ersten Satz in unsere Skizze eingebaut. Gehen wir zum nächsten Satz. Batman sieht das Signal an der Wolke von einem 2,1 Kilometer weit entfernten Ort unter einem Winkel von 46 Grad. Welche Dinge aus diesem Satz solltest du in deine Skizze übernehmen? Zum einen müssen wir BAT-Man an einem 2,1 Kilometer weit entfernten Ort platzieren. Das machen wir eben dadurch, dass wir uns so einen kleinen Batman hinzeichnen und dann markieren, ah, zwischen dem Scheinwerfer und dem Batman sollen 2,1 Kilometer sein. Weil es ja nur eine Skizze ist, muss es nicht maßstabstreu sein. Und dann stand da noch, dass Batman das Signal an der Wolke unter einem Winkel von 46 Grad sieht. Was bedeutet das jetzt? Naja, zuerst mal sollten wir die Sichtlinie von Batman einzeichnen. Die 46 Grad haben jetzt damit etwas zu tun, wie weit Batman nach oben gucken muss, um die Wolke zu sehen. Das heißt, man muss hier vergleichen zwischen der Sichtlinie, die Batman hätte, wenn er gerade ausgucken würde, und seiner Sichtlinie zur Wolke. Mit der Formulierung unter einem Winkel von 46 Grad ist jetzt gemeint, dass zwischen diesen beiden Sichtlinien ein 46 Grad Winkel ist. So eine Formulierung kommt häufiger in Textaufgaben mit Sinus, Cosinus und Tangens vor. Deshalb solltest du dir unbedingt merken, was diese Formulierung unter einem Winkel meint. So, jetzt haben wir den zweiten Satz abgearbeitet und in unsere Skizze eingebaut. Wenn wir den nächsten Satz lesen, die Augenhöhe von Batman ist 1,8 Meter, dann sehen wir direkt, wo wir das in unsere Skizze einbauen können. Das ist einfach der Abstand zwischen dem Boden und der geraden Sichtlinie von Batman. Und, wenn wir noch den letzten Satz lesen, berechne, wie hoch die Wolke über den Boden fliegt, dann sehen wir, was wir in der Aufgabe suchen sollen, nämlich die Höhe der Wolke. Das solltest du unbedingt auch in deine Skizze eintragen, damit du eben siehst, was du in der Skizze überhaupt suchst. Weil wir ja die Höhe noch nicht wissen, schreiben wir da einen Buchstaben, also eine Variable hin. Wir nehmen hier mal h für Höhe. Was für uns jetzt noch wichtig ist, dass wir uns noch den rechten Winkel in dem Dreieck eintragen, in dem unser 46 Grad Winkel ist. Weil wir wollen ja nachher mit Sinus, Cosinus oder Tangens arbeiten und das geht immer nur in rechtwinkligen Dreiecken. Deshalb sollten wir den erst einmal in unserem Dreieck finden und markieren. Bei uns ist der eben an dieser Stelle, wo sich die Geradesichtlinie von Batman und der senkrechte Strahl von dem Strahler treffen. Jetzt haben wir den ersten Schritt gemacht zur Lösung dieser Textaufgabe. Wir haben den Text in eine Skizze übersetzt. Und jetzt können wir in der Skizze endlich Geometrie machen. Jetzt überlegen wir uns, wie wir an die Höhe h herankommen können. Und da solltet ihr jetzt in der Skizze auffallen, dass sich die Höhe aus zwei Längen zusammensetzen lässt. Nämlich aus der Augenhöhe von Batman, die wir hier finden, und der Seitenlänge von dieser Seite in unserem rechtwinkligen Dreieck. Die Augenhöhe von Batman, die kennen wir ja schon. Aber die Länge von dieser Seite in dem Dreieck wissen wir eben nicht. Deshalb nennen wir die einfach erstmal B. So wie kannst du jetzt h mithilfe von der Augenhöhe von Batman und b beschreiben? Genau, durch h ist gleich 1,8 Meter plus b. Wenn zwei Längen aneinandergelegt werden, muss man sie ja immer zusammenrechnen, um die Gesamtlänge der Strecke zu bekommen. Jetzt müssen wir nur noch b herausbekommen. Und weil b ja in einem rechtwinkligen Dreieck als Seitenlänge vorkommt, könnte Sinus, Cosinus oder Tangens hier nützlich sein. Überlegen wir uns zuerst, was wir in dem rechtwinkligen Dreieck noch gegeben haben. Wir haben zum einen den 46 Grad Winkel hier drüben gegeben und wir wissen, dass die untere Seite des rechtwinkligen Dreiecks 2,1 Kilometer lang ist, weil Batman ja einen Abstand von 2,1 Kilometer zum Strahler hat. Jetzt überleg mal, welche von den Winkelfunktionen Sinus, Cosinus oder Tangens könnte uns hier jetzt weiterhelfen. In diesem Fall ist es der Tangens, weil b ist ja die Gegenkathete zu dem 46 Grad Winkel und die untere Seite ist die Ankathete zu dem 46 Grad Winkel. Und die Winkelfunktion, in der die Gegenkathete und die Ankathete vorkommt, ist eben der Tangens. Damit können wir jetzt folgendes aufschreiben. Der Tangens von 46 Grad ist gleich Gegenkathete durch Ankathete, also b geteilt durch 2,1 Kilometer. Diese Gleichung lösen wir jetzt nach b auf. Und dazu müssen wir den Bruchstrich loswerden und das bekommen wir durch Multiplizieren mit 2,1 Kilometer hin. Dann steht da, b ist gleich Tangens von 46 Grad mal 2,1 Kilometer. Und wenn wir das in den Taschenrechner eintippen, bekommen wir gerundet 2,1746 Kilometer heraus. Das habe ich so genau gerechnet, weil wir es ja noch mit den 1,8 Meter Augenhöhe von Batman zusammenrechnen müssen. Und dann sollten die beiden Sachen ja in der gleichen Einheit sein. Und dann kommt man eben auf 2174,6 Meter. Setzt man das jetzt oben für b ein, dann erhält man für die Höhe insgesamt 2176,4 Meter, wenn man eben noch die 1,8 Meter Augenhöhe dazurechnet. Weil das Ganze ja eine Textaufgabe war, müssen wir jetzt noch unbedingt einen Antwortsatz aufschreiben. Also schreiben wir zum Beispiel auf, Antwort, die Wolke fliegt 2176,4 Meter über den Boden. Jetzt haben wir die Aufgabe gelöst. Dabei war die Skizze ein wichtiges Hilfsmittel und die Zeit, um die Skizze zu erstellen, hat sich definitiv gelohnt. Jetzt fragst du dich aber vielleicht, okay, aber wie komme ich darauf, welche Winkelfunktion, also Sinus, Cosinus oder Tangens, ich verwenden muss? Genau dafür habe ich dir jetzt eine Merkhilfe. Für die Merkhilfe zeichnest du dir zuerst einmal ein rechtwinkliges Dreieck hin und markierst einen Winkel mit Alpha. Dann trägst du ein, wie die Seiten in Bezug auf Alpha heißen. Also einmal die Hypotenuse gegenüber von dem rechten Winkel, dann die Ankathete zu Alpha an dem Winkel Alpha und die Gegenkathete zu Alpha gegenüber von Alpha. Diese Begriffe musst du zuerst unbedingt verstehen, sonst bringt dir auch diese Merkhilfe hin. Aber ich glaube, diese Begriffe sind nicht so schwer. Man muss sich halt an sie gewöhnen. So, jetzt kommen wir zur Merkhilfe. An jede Ecke von diesem Dreieck kommt jetzt eine Winkelfunktion. Der Cosinus kommt direkt an die Ecke mit dem Alpha. Das merkt man sich leicht, weil Co ja meistens für daneben steht, so wie Copilot. Der ist neben dem Pilot und so ist Cosinus von Alpha eben hier neben dem Winkel Alpha. Dann schreibst du den Tangens an der Ecke mit dem rechten Winkel hin und den Sinus an die letzte Ecke. Wie hilft dir dieses Dreieck jetzt, sich die Winkelfunktion richtig zu merken? Ganz einfach. An der Winkelfunktion sind genau die Seiten beteiligt, die an der entsprechenden Ecke zusammentreffen. Und du musst dir nur noch eine Sache merken. Die Gegenkathete steht immer oben, immer oben und die Hypotenuse steht immer, immer unten. So, gehen wir es jetzt kurz durch. An der Ecke vom Sinus treffen sich die Hypotenuse und die Gegenkathete von Alpha. Die Gegenkathete steht immer oben, also muss der Sinus von Alpha Gegenkathete durch Hypotenuse sein. Das passt. Schauen wir uns an, wie es beim Cosinus aussieht. An der Ecke, wo du Cosinus hingeschrieben hast, treffen sich die Hypotenuse und die Ankathete von Alpha. Die Hypotenuse steht immer unten, also ist der Cosinus Ankathete durch Hypotenuse. Das passt auch. Und an der Ecke, wo du Tangens hingeschrieben hast, treffen sich die Gegenkathete von Alpha und die Ankathete von Alpha. Und weil die Gegenkathete immer oben steht, muss der Tangens Gegenkathete durch Ankathete sein. Und auch das stimmt. Ich hoffe, dass dir klar geworden ist, wie du diese Merkehilfe einsetzen kannst. Lass uns doch gleich mal ausprobieren, ob du sie benutzen kannst. Versuch doch mal selber folgende Textaufgabe mit dem, was du in diesem Video bisher gelernt hast, zu lösen. Drück kurz auf Stop und wenn du es selber versucht hast, schaust du dir hier dann die Lösung an. Das selber versuchen ist extrem wichtig, damit du selber merkst, ob du es wirklich verstanden hast. Ich hoffe, du hast es selber probiert. Ich zeige dir jetzt, wie man diese Aufgabe lösen könnte. Wenn wir den ersten Satz lesen, ein Leiter wird im Abstand von 163,5 cm mit einem Neigungswinkel von 57 Grad an eine Wand gelehnt, dann sind die Schlüsselwörter erstmal Wand und Leiter. Zeichnen wir uns zuerst mal die Wand hin. Und jetzt soll die Leiter im Abstand von 163,5 cm an die Wand gelehnt werden. Also zeichnen wir uns den Abstand zur Wand hin und dann eben die Leiter selbst. Außerdem steht da was von einem Neigungswinkel von 57 Grad. Das ist der Winkel unten links, weil der ja beschreibt, wie die Leiter geneigt ist. Damit haben wir den ersten Satz in unsere Skizze eingearbeitet. Im zweiten Satz steht noch, was wir suchen. Berechne, wie lang die Leiter ist. Also die Länge der Leiter. Die bezeichne ich hier immer mit L. Jetzt müssen wir uns zum Schluss noch unbedingt markieren, wo der rechte Winkel in unserem Dreieck ist. Der ist eben da, wo sich Boden und Wand treffen. Weil Wände ja normalerweise senkrecht zum Boden stehen. Jetzt müssen wir uns überlegen, welche Winkelfunktion wir nehmen müssen. Dazu schauen wir uns an, welche Seitenlängen wir kennen und welche wir suchen. Wir haben die Länge der unteren Seite mit den 163,5 cm und suchen die Länge L. Diese beiden Seiten treffen sich genau an dem 57 Grad Winkel. Unsere Erghilfe verrät uns jetzt, dass wir den Kosinus brauchen, weil der ja an der Ecke steht, wo der Winkel Alpha steht. Also schreiben wir auf, Kosinus von 57 Grad ist gleich, Hypotenuse steht immer unten, also Ankathete durch Hypotenuse und somit die 163,5 cm durch L. Diese Gleichung lösen wir jetzt nach L auf, indem wir zuerst mit L multiplizieren, damit wir den Bruchstrich loswerden. Dann steht da, Kosinus von 57 Grad mal L ist gleich 163,5 cm. Und jetzt teilen wir noch durch Kosinus von 57 Grad, damit wir das vor dem L loswerden. Dann erhalten wir, L ist gleich 163,5 cm geteilt durch Kosinus von 57 Grad. Und wenn wir das in den Taschenrechner tippen, bekommen wir die Antwort ungefähr 300,2 cm. Jetzt müssen wir nur noch den Antwortsatz formulieren. Zum Beispiel, die Leiter ist 300,2 cm lang und schon haben wir die Aufgabe gelöst. Ich bin mir sicher, dass du das auch rausbekommen hast. Wenn dir dieses Video geholfen hat, Textaufgaben mit Sinus, Kosinus und Tangens besser bearbeiten zu können, dann lass dem Video doch einen Like da, damit auch andere es auf YouTube leichter finden können. Hier links oben findest du übrigens meine Playlist zu dem Thema Sinus, Kosinus und Tangens. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.